Braucht man wirklich Vitamin B12 oder ist das nur wieder Geldmacherei und Rumerzählerei? Es ist natürlich so, dass man tatsächlich als Veganer Vitamin B12 supplementieren sollte. Es gibt ja da ein paar Ausnahmen. Es gibt Menschen, die selbst irgendwas anbauen und Selbstversorger sind und es kann sein, dass sie dadurch tatsächlich ihr B12 decken können, weil sie halt ihr Obst und Gemüse nicht so gründlich waschen, da tatsächlich noch die Mikroorganismen drauf sind. Aber muss man natürlich dann sein B12 testen lassen und gucken, ob das wirklich funktioniert. Vor allem ein B12-Mangel kann wirklich verheerende Folgen für die Gesundheit haben. Die normalen Symptome sind Müdigkeit, Verdauungsprobleme, häufige Atemwegserkrankungen und Anämie bei erwachsenen Menschen. Bei Kindern sind das noch ein paar heftigere Geschichten. Dafür gucken wir uns aber die Wissenschaft an. Switchen wir einfach mal rein. Was sagt die Wissenschaft? Gibt es Vitamin B12-Mangel bei Veganern? Hier ist die erste Studie. Da wird gesagt, im Fulltext wird gesagt, Babys von vegan ernährten Müttern, die kein B12 nehmen, haben im Alter von 5 Monaten schon einen B12-Mangel. Dann hier in der Studie, Mangel bei Babys führt zu folgenden Nebenwirkungen, und zwar Störungen der Blutbildung, verzögerte körperliche Entwicklung, schwere, teilweise irreversible neurologische Symptome, das heißt Reißbarkeit, Krampfanfälle, Lethargie, Hirnatrophie, Retardierung und Regression der Entwicklung. Also sehr, sehr üble Sachen. Alles, was mit dem Nervensystem zusammenhängt, dein Gehirn braucht Vitamin B12 in der Entwicklungszeit. Deswegen habe ich auch ein Video gemacht, bei Schwangeren, worauf man da am allerwichtigsten achten sollte. Und da geht es natürlich um zwei Sachen, und zwar um Vitamin B12 und Vitamin D. Da willst du als schwangere Frau maximal gut versorgt sein, damit wenn du das Kind fütterst, damit es alles kriegt, was es braucht. Dann der nächste Punkt. Hier wurden zum Beispiel Veganer untersucht. In allen Studien ist das immer so, dass Veganer von allen Getesteten den niedrigsten Vitamin B12-Spiegel haben. Das sehen wir hier auch natürlich. Die Veganer sind immer ganz, ganz, ganz unten, wenn es um Vitamin B12 geht. Das liegt einfach daran, dass sie nun mal kein Vitamin B12 durch Tierprodukte reinkriegen und viele vergessen auch zu supplementieren oder supplementieren gar nicht oder halten nichts davon und haben dann entsprechend natürlich die niedrigsten Spiegel. Ich bin so und so überrascht, dass in den Studien immer die Veganer die niedrigsten Spiegel haben, als würde keiner davon Bescheid wissen, dass man Vitamin B12 nehmen muss. Dann kommen dann auch natürlich solche Berichte, dass irgendwie Babys von vegan ernährten Eltern da irgendwelche Probleme kriegen, Entwicklungsstörungen oder sogar Sterben oder wie auch immer. Okay, das mit dem Stern, das war was ganz anderes, da haben die den irgendwie, ich weiß nicht, mit, was war das nochmal, Dinkel, Milch oder sowas ernährt. Und da ist ja nichts drin, deswegen, naja, auf jeden Fall, halt weiß jeder Bescheid bei solchen Eltern. Das sind natürlich absolut Einzelfälle. Und von daher, hier sieht man, ja, ihr seht tatsächlich, Vitamin B12 ist ein Problem bei Veganern. Sie haben die wenigsten, den niedrigsten Spiegel von B12. Und hier kam dann die Studie, die es getestet hat, wie sieht es aus mit B12 bei Veganern, Omnivoren und Vegetariern. Und hier wurde festgestellt, 52% aller Veganer haben einen B12-Mangel, 7% der Vegetarier und 0,4% der Allesesser. Also es ist nicht sehr weit verbreitet bei Allesessern. Ja, und das ist nun mal die Realität. Und hier haben wir dann noch eine Studie, ihr könnt hier sehen, diese schwarze Linie, die zeigt an, Hier wurde begonnen mit veganer Ernährung, ja, also Omnivore haben hier angefangen, vegan zu essen. Und das geht über 60 Monate und man sieht, wie konstant der Vitamin B12-Spiegel fällt. Okay, von daher ist es natürlich tatsächlich so, dass man Vitamin B12 braucht, weil es natürlich immer aufgebraucht wird vom Körper, jeden Tag. Du brauchst zwar sehr, sehr, sehr wenig Vitamin B12, aber trotzdem brauchst du es. Und wenn du eine vegane Ernährung isst und nichts selbst anbaust und so und ziemlich clean lebst, dann, ja, brauchst du auf jeden Fall B12, weil das aufgebraucht wird und du kriegst halt nichts von außen rein. Deswegen sollte man da auf jeden Fall ein Vitamin B12 nehmen. Ja, und wenn man Vitamin B12 nimmt, natürlich sollte man direkt das Beste nehmen, nicht irgendeins, nicht das, was euch alle anderen Veganer empfehlen, ja, mit irgendwie richtig miesen Zusatzstoffen drin, weil die sich mit Nahrungsergänzungsmitteln nicht auskennen. Deswegen nimmt eins, das clean ist, so wie das hier. Das ist wieder das einzig clean, das ich finden konnte. Zutaten sind Vitamin B12, Methylcobalamin, Reismehl und Kapselhülle Zellulose. Ja, also wenn du, du kannst auch aus der Kapselhülle raustun oder so, hast du zwei Zutaten, Reismehl und B12, also cleaner geht es einfach nicht mehr. Von daher, ne, sollte man sich schon das richtige Vitamin B12 kaufen und nicht irgendeins. Dazu auch mein Video kann ich euch empfehlen, werde ich euch hier unten natürlich verlinken. Zusatzstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln, da könnt ihr mal sehen, was das Problem ist mit den allermeisten Produkten, vor allem den meistverkauften auf Platz 1, 2, 3 und so, was da das Problem mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist. Von daher, Leute, nehmt Vitamin B12, achtet darauf, dass ihr ausreichend B12 kriegt. Ich nehme sehr, sehr wenig B12 aktuell, weil ich damals ja habe meinen Spiegel testen lassen und der war maximal wert. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video und guckt ein weiteres Video.